Herzlich Willkommen in der Aquarellschule LRD Fee. Heute malen wir wieder drei Weihnachtskarten zusammen, zwei Landschaftsbilder und einmal ein Eindruck von Christbaumkugeln. Meine Familie singt hier für euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen zweiten Adventssonntag und eine weitere schöne Woche. Der Winter hatte schon Einzug gehalten und ich schicke euch einfach ein paar winterliche Stimmungsbilder, weil bei uns zum Beispiel ist es jetzt wieder sehr grün und eher herbstlich. Aber es gab schon wirklich weiße, wunderschöne Tage dieses Jahr, die ich sehr genossen habe draußen in unserer herrlichen Natur, wenn diese Schneehäubchen auf den Bäumen liegen und man nur schütteln braucht und darunter steht. Das sehr Besondere an dieser Zeit, finde ich, sind diese wunderschönen, großen Sternenhimmel, die wir Nacht für Nacht genießen können. Es ist auch sehr oft klar, weil es sehr kalt ist in der Nacht. Und ich stehe gerne darunter und schaue den Sternschnuppen zu. Nun beginnen wir mit unserem ersten Bild. Wir feuchten das Blatt an, nehmen unseren Ellasdip ein Cadmium Orange Hell in der Mitte und rundherum ein Ultramarin Blau. Ihr seht von den Ecken her ein bisschen abgedunkelt. Im Bodenbereich kann man es auch noch mal ein bisschen abdunkeln und ganz in der Mitte soll es vom Zinnoberrot übers goldene Gelb ins Blau hinein verblendet sein. Man kann auch in den Himmelbereich ein bisschen wolkige, schneewolkige Orange Tupfen malen und dann mit einem Ultramarin Blau einfach getupft, gar nicht wirklich gemalt, in die feuchte Unterlage hinein einen entfernten Waldrand, der da steht, zur Sonne hin ein bisschen Gold Orange dazugeben in den Farben, die wir schon verwendet haben, Zinnoberrot und Gold Gelb, also Cadmium Orange Hell. Und ja, hier mehr im Vordergrund kommt jetzt noch eine weitere Farbe dazu, nämlich ein Sepia Braun. Das finde ich auch eine sehr winterliche Farbe und wir können aus diesem Hügelchen, was da auf der linken Seite dann entsteht, weil dazwischen liegt Schnee, das sieht man, da ist es weiß, kann man einfach Birken ins Bild kratzen und Steine in diese kleine Anhöhe hier auf der linken Seite. Bei uns im Mühlviertel sieht man das oft, dass um Anhöhen mit Bäumen Granitsteine liegen, größere und kleinere. Aber auch auf der rechten Seite hätte ich gerne noch mal so eine Anhöhe und vorne rechts unten darf es sogar ein bisschen intensiv dunkler sein mit einem Ultramarinblau und Sepia Braun gemischt, auch mit größeren Felsbrocken noch, die da liegen, auch wieder mit der Karte gekratzt. Da findet ihr auf meinem Kanal viele Videos zum Thema Stein. Anschließend lassen wir es trocknen und nehmen mit einem Sepia Braun und dem Detailpinsel uns das Häuschen vor, einen Stall, vielleicht, vielleicht ein Einsiedlerhäuschen, vielleicht das Geburtshäuschen von unserem lieben Christuskind. Ja, da hat man viele Möglichkeiten in der Vorstellung. Es soll einfach dahinter verzaubert stehen, umgeben von Wald. Und wir können jetzt auch noch konkretere Bäume, Nadelbäume rechts und links daneben malen, die weiter im Vordergrund stehen, also direkt neben dem Häuschen. Dahinter ist der Wald, der im Hintergrund verschwindet. Und auf der rechten Seite, auf dieser kleinen Anhöhe, kratzen wir nun auch noch ein paar Felsen hinein. So haben wir wirklich so verschiedene Zungen, Anhöhen, dazwischen drin, dazwischen wie ein Fluss fast angelegt, finden wir den Schnee, finden wir Schneeflächen, weiße Schneeflächen. Und mit dem Ella Stipp und einem Sepia Braun können wir in diese gekratzten Bäume noch feine Äste stippeln. Ganz zuletzt malen wir einen Weg aus Fußstapfern zu diesem entfernten Häuschen hin, von vorne nach hinten, vorne ein bisschen intensiver in der Farbgebung, nach hinten verfließend ins Helle. Vorne ist es ein Sepia Braun gemischt mit einem Ultramarinblau, gegen hinten wird es heller und ist dann nur noch ein Ultramarinblau. Zwischen den Felsen malen wir ein paar Gräser, alles mit dem Ella Stipp. Das geht am schnellsten und leichtesten und effektivsten. Und schon sind wir fast fertig mit unserem Bild. Jetzt möchte ich da auf der rechten Seite noch einen Nadelbaum, den habe ich euch jetzt hergezoomt und wirklich in Echtzeit zeige ich euch jetzt, wie ich mit dem Ella Stipp wunderbar leicht diesen Nadelbaum ins Bild ziehe, nämlich immer von der Baummitte heraus auf die Seiten. Und ganz zuletzt, wenn alles trocken ist, können wir mit einem Deckweiß noch ein paar Schneeflocken über unsere verzauberte Landschaft, unsere weihnachtliche Winterlandschaft klopfen und schon haben wir ein fertiges Weihnachtsbild. Unser nächstes Bild wird noch ein bisschen einfacher. Das ist wirklich ein sehr schlichtes winterliches Waldschnee-Bild, wo man sich wirklich diese Weihennacht in der Ferne vorstellen kann, dieses Geschehen. Wir beginnen nass in nass mit einem Heliozulinblau von oben dann ein Peinesgrau dazu, nach unten heller werdend zum Schnee hin, da soll es sogar recht hell sein, also da lassen wir fast weiß stehen und kommen dann diesem blauen Himmelszelt von unten her, von den unteren Ecken her, noch einmal entgegen mit einem Heliozulinblau im Schneebereich. Ganz am Horizont soll wirklich der Schnee weiß bleiben, dass man da dieses Leuchten hat im Bild. Nun streuen wir Salz über das Ganze, so dass wir diesen Schneefall oder Sterneneffekt, je nachdem wie man es haben möchte, erkennen kann und nehmen mit dem Ellersdip dann wieder dieses Baumgetupfe uns vor in einem Heliozulinblau und ihr seht, ich mache zwar diese kleinen Wischbewegungen, die für Nadelbäume richtig sind, aber ich mache es nicht so ganz so deutlich, also es ist eher zart. Auf der rechten Seite habe ich sogar ein bisschen Kobalt-Türkis dazu gemischt, dass es sehr hell ist, dass die linke Seite näher bei mir liegt und ganz links nehme ich sogar ein peines Grau dazu, sodass wirklich das gegen vorne hin immer dunkler wird und nach hinten hin sich verliert, sodass ich dieses weihnachtliche bekomme. Wenn alles trocken ist, male ich auch hier Fußstapfen, Entschuldigung, ich mache es sogar noch in den nassen Untergrund, male ich Fußstapfen in den Schnee mit peines Grau von vorne im Mittelbereich Heliozulinblau und gegen hinten hin lasse ich es wirklich fast verschwinden, ich kann da auch ein Kobalt-Türkis dazu nehmen. Nun lasse ich es aber endgültig trocknen und erst dann male ich unseren Weihnachtsstern an den Himmel. Hier sieht man das Häuschen nicht, man kann sich das Weihnachtsgeschehen einfach wegen dem Stern in der Ferne vorstellen. Ja, und schon sind wir fertig, ich hoffe, es hat euch gefallen, das ist wirklich eine sehr, sehr schlichte, sehr einfache Weihnachtskarte und diese letzte ist ein bisschen kniffliger, einfach weil man diese Schablonentechnik verwenden muss dafür. Wir beginnen auch hier nach Sinas mit einem Cadmium Orange Hell, gehen dann über in ein Alizarin Carmesin rundherum, verblenden die beiden Farben schön miteinander und ziehen das Alizarin Carmesin auch ein bisschen nach außen und von außen kommen wir mit einem Undersi Green dazu, sodass man dieses Komplementäre hat, dieses Rot-Grüne. Das wisst ihr, Komplementärfarben sind immer ideal im Bild, das haben wir auch vorher gepflegt mit dem Orange-Blau, also immer schauen, dass ihr eine Harmonie ins Bild bekommt mit einem Schattengrün und dem Elastip ganz ungenau, einfach nur ein bisschen gekritzelt, ziehen wir nach Sinas hier von der Seite her Tannenzweige Richtung Mitte und malen mit einem Cosmotop Spin Entschuldigung Casaneo Nummer 12 und einem Alizarin Carmesin dieses Mal ein bisschen intensiver in der Farbgebung Kugeln in die feuchte Oberfläche. Wir spritzen auch noch ein bisschen Rot hinein und lassen es dann trocknen um erst anschließend jetzt wieder mit dem Casaneo aber ohne dass es zerrinnt und verläuft sondern ganz ganz klar bleibt uns diese Kugel jetzt hier stehen im Vordergrund hängt sie vor diesem schummerigen Hintergrund diesem verzauberten weihnachtlichen und auch die Tannenzweige können wir noch ein bisschen konkretisieren also ich ziehe hier jetzt noch ein paar ins Bild die aber wie kleine Nadelbäume einfach von der Seite her gestaltet werden mit der Rippe in der Mitte die entweder aus einem Kratzen mit dem Pinselstiel gemacht wird oder aber einfach mit einem nassen Strich mit klarem Wasser in der Mitte so dass man da einfach die Mitte des Astes erkennen kann so komme ich verteilt von außen und ihr könnt bei eurem Bild selber so ein bisschen entscheiden wo diese Äste sein sollen einfach dass es harmonisch ist also dass es ein Gleichgewicht hat mehr oder weniger jedenfalls und jetzt habt ihr gerade auch noch gesehen wie ich mit dem Pinselstiel das gekratzt habe also man kann das entweder oder machen mit einem Schruberpinsel hier bei der vorderen Kugel diese Glanzstelle auswaschen so dass sie rund wirkt dreidimensional und auch natürlich die Kette wo sie hängt an unserem Weihnachtsbaum die waschen wir aus das sieht dann sehr schön aus und man sieht wirklich dass sie hier im vordergrund ist weil sie da so groß und erhaben heraussticht und alles andere dahinter verschwindet im Hintergrund verschwindet mehr oder weniger das haben wir einfach durch diese Nass in Nass Technik geschafft das ist beim Fotografieren ein bisschen komplizierter da muss man wirklich schauen dass man das so einstellt dass der vordergrund scharf ist und der Hintergrund verblendet und wir können das einfach Nass in Nass malen und dann noch konkreter den Vordergrund darüber ziehen also das ist finde ich in der Aquarellmalerei sehr schön und ich nütze diese Technik sehr oft dass ich Dinge verschwimmen lasse und nur ganz wenige Einzelheiten im Vordergrund klar heraushebe ja nun bin ich schon bei der Schablonentechnik ich habe da größere und kleinere Kreise und die wasche ich mit einem Schrubberpinsel aus und tupfe sie mit einem Taschentuch ab so dass ich wirklich hellere und dunklere Punkte bekomme was jetzt da so Kristallen wirkt so wie Licht wie vielleicht ein bisschen Staub in der Luft oder Schneeflocken vor unserem Tannenbaum jedenfalls einfach so dass man das Licht gebrochen sieht verzaubert dieser Kristalleffekt mehr oder weniger ihr könnt dann aber auch wenn ihr entweder keine Schablone habt oder einfach zusätzlich noch nur mit dem Pinsel schrubben und abtupfen sie werden dann nicht ganz so rund nicht ganz so klar abgesetzt aber es funktioniert auch ein paar davon koloriere ich jetzt noch in einem Cadimium Orange hell und nicht ganz zu fest also nur so ein bisschen verzaubert dass man einfach noch diese andere Nuance hat und dann kann man wenn man das möchte noch ein paar Sterne Glitzersterne dazwischen malen mit einem Deckweiß sodass man ja einfach beides hat dieses Runde und dieses Strahlende und so glitzert es an unserem Weihnachtsbaum wirklich hell man kann das Ganze auch mit Auswaschen machen das funktioniert manchmal fast besser alles mit einem feinen Schriftenpinsel und natürlich klopfe ich noch ein bisschen weiß über mein Bild sodass letztendlich alles sehr mysteriös verzaubert aussieht man kann auch mit einem feinen Schruberpinsel noch feine Tupfen machen wie feine Schneeflocken ja und schon sind wir fertig mit unserem dritten Adventbild mit unserer dritten Weihnachtskarte ich hoffe es hat euch gefallen ich danke euch dass ihr dabei seid und immer wieder mit euren wunderbaren Kommentaren mich inspiriert und mir Freude macht dass ich weitere Videos für euch einstelle dass ich Lust habe zu experimentieren was wie geht es am einfachsten dass ihr da dass meine Videos wirklich auch für Anfänger ideal geeignet sind der Gesang das darf ich euch verraten stammt von meiner Familie ist nicht perfekt aber extra für euch gemacht ich möchte noch kurz informieren noch mal über meinen shop da bekommt ihr einen elastip einen kalender es gibt vielleicht noch zwei exemplare aber immerhin und natürlich das Buch Traumlandschaften in aquarell auch ideal als Weihnachtsgeschenk und es wird in den nächsten Wochen noch einmal eine Aktion stattfinden eine Weihnachtsaktion denn Buch und Pinsel sind sicher sehr schöne Weihnachtsgeschenke gerade wenn man kreative Menschen in seiner Umgebung hat ja nun wirklich endgültig für heute ade ich wünsche euch eine wunderschöne Adventwoche einen schönen restlichen Sonntag noch besinnliche Zeit geht in euch denkt über das Jahr nach und freut euch auf die Zukunft ich wünsche euch viel Schnee und viel Kerzenschein bis bald alles Gute Tschüss SANTO 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 MI Micho, Santia, Loha, Micho, Santia, Sape des Dio, Santo il Segnor.